Windows 11 ist da, aber hat leider noch ein paar Nachteile. Vor allem der Taskleiste fehlen viele Funktionen, einfach weil die Entwickler bei Microsoft keine Zeit hatten, um alles zu implementieren. Aber das ist kein Problem, denn in diesem Video zeige ich euch ein paar nützliche Apps und ein paar empfohlene Einstellungen bzw. Registry Tweaks, wie wir Windows 11 besser machen können. Das bedeutet, wir holen uns das wieder, was uns weggenommen wurde. Ja, jedes Update, volles Risiko für die Männer von Windows Area. Nennen wir das Problemkind doch direkt beim Namen. Es ist die Taskleiste. Versucht man eine Datei in ein anderes Programm zu ziehen, dann wird man enttäuscht von einem roten, durchgestrichenen Kreis. Zum Glück gibt es aber ein Trostpflaster für die Wunde und dieser nennt sich Windows 11 Drag & Drop 2 Taskbar Fix. Die App mit dem bescheuerten Namen findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt, könnt ihr euch kostenlos auf GitHub herunterladen. Die heruntergeladene Datei ist tatsächlich kein Installationsassistent, sondern direkt die App selbst. Packt sie also in einen sicheren Ordner, wo sie länger verweilen kann. Führt dann die Echse aus und fertig. Endlich kann man Dateien in die Taskleiste ziehen und nach einer kleinen Wartezeit öffnet sich die jeweilige Anwendung. Damit ihr die App nicht jedes Mal von Hand starten müsst, aktivieren wir noch den Autostart. Macht dazu einen Rechtsklick auf das seltsame Taskleisten-Icon und klickt auf Configure. Anschließend öffnet sich ein Notepad-Fenster, in dem ihr nachprüft, ob Automatically One This Program on Startup auf 1 gesetzt ist. Schließt dann wieder das Fenster, macht erneut einen Rechtsklick auf das Taskleisten-Icon und wählt Restart aus. Ja man, das Spiel macht richtig viel Spaß. Ich hoffe, ich vergesse du nicht gleich meinen Termin um 16 Uhr. Hä, was ist das denn für ein dummer Bug? Wo ist denn die Uhrzeit hin? Nein, tatsächlich ist das kein Fehler. Windows 11 zeigt die Uhrzeit nur auf dem Hauptbildschirm an. Aber zum Glück gibt es auch für dieses Problem eine Lösung. Und zwar die App Eleven Clock, die ihr im Windows Store findet. Startet ihr die App, blendet sich auf allen Monitoren sofort die Uhrzeit ein. Eine Konfiguration ist nicht nötig, aber ihr könnt es, wenn ihr wollt. Mit einem Rechtsklick auf das Tray-Icon lassen sich die App-Einstellungen aufrufen, die diesmal zum Glück einfach zu bedienen sind. Im Reiter Uhr-Einstellungen könnt ihr die Uhr selbst während der Nutzung von Vollbildanwendungen eingeblendet lassen, damit ihr die Zeit wirklich immer im Blick habt. Außerdem lässt sich die Optik der Uhr individualisieren, in Form von Schrift und Farbgestaltung. Praktisch ist übrigens auch die Anzeige des Wochentags. Oder wer besonders pünktlich zu Zoom-Meetings erscheinen möchte, der freut sich über eine Sekundenanzeige. Bei einer personalisierten Uhr empfiehlt sich übrigens die Aktivierung von Uhr auf dem Hauptbildschirm anzeigen, damit sie überall gleich aussieht. Jetzt einmal ganz diskret unter uns. Welchen Internetbrowser nutzt ihr eigentlich? Ich glaube, die wenigsten werden mit Microsoft Edge antworten und deswegen versucht Microsoft, uns ihren Browser immer aufzuzwingen. Aber keine Sorge, wir ändern jetzt gemeinsam effektiv unseren Standardbrowser. Der erste Schritt führt uns in die Einstellung zum Reiter Apps. Dann Standard-Apps. Klickt in der App-Liste euren Browser an und weist diesen dann HTML, HTML, HTTP und HTTPS zu. Die meisten Anwendungen respektieren unsere Entscheidung und öffnen jetzt unseren gewählten Browser. Aber nicht so die Windows-Suche und auch nicht die Widgets. Beide öffnen weiterhin den Microsoft Edge Browser und ich will jetzt niemanden verurteilen, der die Windows-Widgets nutzt. Ich meine, ich tue es selbst. Mit der App MS Edge Redirect, die es wieder als Download auf GitHub gibt, könnt ihr tatsächlich dafür sorgen, dass sich überall im System ein anderer Browser öffnet. Jeder Anfang besteht natürlich aus Lizenzvereinbarungen akzeptieren, wie damals bei der Geburt. Auf der nächsten Seite hakt Start Service mit Windows an. Auf der dritten Seite lässt sich sogar noch Bing zu Google weiterleiten. Da sagen wir nicht nein. Erneut ist die Einrichtung nach so wenig Schritten beendet. Zack, es öffnet sich jetzt immer Firefox mit Google, wenn ich was in der Windows-Suche eingebe. Tatsächlich funktioniert das aber nur, wenn Microsoft Edge geschlossen ist. Achtet auch darauf, dass in den Edge-Einstellungen der Start-Up-Boost deaktiviert ist. Jetzt machen wir weiter mit den empfohlenen Einstellungen und Registry-Tweaks. Falls ihr aber Interesse an noch mehr App-Empfehlungen habt, dann empfehle ich euch mein altes Video Top 5 Windows-Apps, welches ich euch jetzt oben rechts verlinke. In diesem Video zeige ich euch richtig krasse Apps, die ich selbst heute unter Windows 11 noch benutze. Also reinschauen lohnt sich unbedingt. Falls ihr ansonsten immer noch unzufrieden mit dem Start-Menü von Windows 11 seid oder auch noch mit der Task-Leiste, dann empfehle ich euch ein Abo da zu lassen. Denn hier auf Windows-Area erscheint in ungefähr zwei Wochen ein Video, in dem ich euch zeige, wie ihr wirklich die Task-Leiste aus Windows 10 in Windows 11 wiederherstellen könnt. Das heißt mit allen Funktionen, die ihr von Windows 10 gewohnt seid und noch mehr. Deswegen, falls ihr Interesse daran habt, lasst ein Abo da. Ansonsten machen wir jetzt weiter mit den Einstellungen. Ich glaube, ich muss niemanden mehr von euch erzählen, dass man in den Task-Leisten-Einstellungen die Task-Leiste nach links ausrichten und diverse Symbole deaktivieren kann. Schauen wir uns stattdessen an, wie wir dieses Explorer-Kontextmenü loswerden. Es ist langsam, riesig und inhaltslos. In der Videobeschreibung bzw. in unserem Forum findet ihr einen Befehl. Öffnet die Eingabeaufforderung als Administrator und fügt den kopierten Befehl per Rechtsklick ein. Jetzt Enter, um ihn auszuführen. Damit die Änderungen sichtbar wären, müsst ihr euch einmal aus eurem Profil ausloggen und dann wieder einloggen. Tada! Mit dem gleichen Prozess können wir übrigens auch das alte Ribbon-Menü wiederherstellen. Nur mit einem anderen, darauf zugeschnittenen Befehl, den ihr ebenfalls im Forum findet. Auch hier werden die Änderungen erst nach einem einmaligen Ab- und Anmelden sichtbar. Das Ganze sieht jetzt genauso aus wie unter Windows 10. Witzigerweise wird durch die beiden Registry-Tweaks der Explorer auch noch schneller. Zum Abschluss des Videos noch zwei schnelle Tipps. Wer den neuen Vollbild-Lautstärke-Mixer nicht ausstehen kann, der braucht in der Windows-Suche nur nach SNDVOL suchen. Dadurch findet man den alten Lautstärke-Mixer, den man anschließend an die Task-Leiste anheften kann. Und wer weniger Werbung in Windows sehen möchte, in den Benachrichtigungseinstellungen ganz runter scrollen und da die beiden Haken entfernen. Das war's von mir und diesem Video. Ich hoffe, Windows 11 ist jetzt wirklich besser für euch. Lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017